Man nimmt mal eine Rumschalterei mit den Waffen, ne? Was ist hier los? Ei Junge, wie geht's dir? Schluss! Tut's weh? Ah, macht nix. So, hoffentlich ändert er nicht wie der hier. Ich speicher mal wieder. Und gucke nämlich mal hier kurz um. Was will ich denn jetzt mit Pistol-Munition? So, hier ist blockiert, ne? Ja, hier ist. Dicht. Da ist auch alles. Sorry, Freeman. Geht mal da hinten hin. Genau. Dann steht er mir nicht im Weg. Geh mir aus'n Weg. Mann, das gibt's so... Alter, die KI, ne? Du sollst... Lauf zu jetzt! Also, ich glaub's ja wohl. Fehler 5, Einheit neutralisiert. Messliche Einheit... Fehler 5, Einheit neutralisiert. Ja. Ist klar, ne? Entschuldigung. Einheit neutralisiert nicht rausgemacht. Ähm... Ähm... Sorry, Freeman. Ich hör hier irgendwo ein Feuer brennen. Wo aber keins ist. Ähm... Ähm... Oh, Moment. Nur keine panische Angst hier. Jeder wird bedient. Alter, die Leute nerven mit der Zeit. So, schön. Alle in einer Reihe aufstellen. Oh, Moment. Tja, komm! So, komm! Oho... 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 Oder ein paar Blutze gebraucht! Zack! 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 Fuck! Fuck! Tja, ich überlege gerade. Da oben war noch einer. Warum sagt das? Ja, das ist eine kleine. Genau, versorgt euch mal, Jungs. Da ist auch noch was. Oh, hat er nicht geholt. Gut. Ganz genau. Null. Los, jetzt alle! So, ich speicher mal wieder. Ja, Mensch, ich nehme schon wieder seit eineinhalb Stunden auf. Was willst du? Hoppla. Ja, nix. Hoppla. Da, geh mal. Flup! Hehehehe. Einer getroffen. Stabilisierung. Genau, der ballert da oben von der... von der Pistole drunter. Ist... Klar, natürlich nicht raus, was dreht sie. Flup! Der andere ist abgehauen. Der andere ist abgehauen, die feige Sau. Dann machen wir mal wieder zu. Ich darf doch mal kurz stören, oder? So. Vielen Dank. Na, Gevater. Geht mir doch mal aus dem Weg. Da in die Wand mit euch. Ihr sollt mir nicht folgen. Ihr sollt mir da aus dem Weg gehen, sonst... Nein. Was auch immer. So, jetzt könnt ihr mir wieder hinterher... dackeln. Dann mal los! Was auch immer die Selbstschussanlage da oben bringen soll. Ich versteh's bis heute noch nicht. Oh, ich sollte mehr MP benutzen. Ja, ist gut jetzt. Stellt euch da hin! Mh... Oh, cool. Einer bekreffen. Externe Gesetzgebung. Drei. Mir folgen! Dann mal los! Guter Zug, Doc. Guter Zug, Doc. Ja, ne? Ja, ne? So, ich weiß... Ich werde immer ruhig. Ich weiß nicht, warum... Es kommt davon, weil ich mich aufs... Zielen konzentriere. Das ist... Ich weiß nicht. Das ist irgendwie automatisch so. So, hier schnell. So, hier schnell. Um! Ein umwerflicher Schrank. Unumwerflich. Ich weiß nicht. Na, mir war das doch von Anfang an nicht geheuer. Oh, hier gibt's wieder Sachen. Ich will die Sachen haben. Na? Aber jetzt. Na gut. Na schön. Dann halt nicht. Warte mal, kann ich doch gebrauchen hier. Ach so, das ist nur eine Pistolenmonie. Was soll ich denn mit Pistolenmonie? Ganz ehrlich, wer hier eine Pistole benutzt, dem ist nicht mehr zu helfen. Bei solch einem schweren Gegner. So, lade Daten. Ein Schnitter! So. So schnell macht man das. Oh oh. Oh oh. Schnell. Freunde, wir müssen weiter. Oh oh. Wir müssen die Ärger nicht. Ich hau ab. Ich hab da keine Lust drauf. Doch. Wollen wir nicht. So geht nicht weiter. Doch, hier geht nicht weiter. Hier lang, Leute. Hier drüben. Hopp, kommt rein jetzt. Gut. Wer nicht reinkommt, der wird zurückgelassen. Der ist kein Schatz! Dann wird ein Schatz. Das geht nicht um... Das geht nicht um... Acht. ich weiß, ich habe gerade eine Pistole gemacht aber ich wechsle gleich mal wieder auf eine Härte oh 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 Hey, hier rüber! WAs! Bleib mal los! Gordon Freeman! Ja! Ich habe doch recht, oder? Ja! Einen Moment! Ich lege ein paar Ladogen und spreng das hier auf! Naja dann mach mal! Es ist doch drüben! Das ist das, was wir tun haben. Die E-Kraft wird schon ausgeschaltet. So. Sonst wär' ich persönlich jetzt. Und das wird dann nicht lustig, wenn ich persönlich wär. Gut, das wollte ich jetzt zwar nicht, war aber trotzdem effektiv. Ui. Jawoll. Ja, und jetzt? Die Tür ist von drüben versperrt, Dr. Freeman. Toll. Vielleicht kann man sie umgehen. Toll. Hier ist ein Medikid. Hm. Was auch immer. Ich muss jetzt hier durch... Dann sind sie schlimm aus. Gut, dass sie den Anzug haben. Ja, so schlimm kann es nicht sein. Nee. Oh, korrigiere. Es kann doch so schlimm sein. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, genau. Jede Kiste hält, plus die geht kaputt. Okay. So, dann baue ich mich jetzt halt hier durch die Gegend. Da stimmt es halt noch mal. ausgerechnet jetzt geht mir die roten die aus ist doch immer so wenn man es am meisten braucht gibt richtig auch die vier können im radioaktiven scheiß überleben so, da haben wir wieder was zum Brücken bauen so, da haben wir wieder So kann man das natürlich auch machen, ne? Schöne Wurfgeschosse. So. Ja. Okay. Ich glaub, hier muss ich hin, ne? Oh, gut. Das knistert schon mal nicht mehr. Das ist ja schon mal was. Ich war wohl doch nicht so richtig. Ah, Gott. Je, ne, ne, schon schon. Gut, jetzt nicht weiter. Bim. Bim. Bum. Bum. Hm. Ihr seht schon hier bin ich immer ganz gespräch Na ja, mach die Tür auf Du bist also heil durchgekommen Was zu erwarten Was glaubst du? Glaubst du so ein bisschen Gift und Zombies? Machst du mich fertig? Nein, nein, das glaubst du im Leben nicht So, da musst du erst mal mit der Latte daten Datenlade Ne, 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 das zieh mal gar nicht ein Ja, ist okay, mach hinne Von was wurde ich da jetzt getroffen?